Hast du Lust, die Pille abzusetzen und natürlich verhüten? Oder lebst du schon länger im Zyklen, aber bist noch unsicher, ob das sicher ist? Am 9. April findet der nächste Online-Kurs zum Thema natürlich verhüten statt. Ich inspiriere dich, zusammen mit deinem Partner diesen Kurs zu machen, weil vergessen wir nie, Verhütung ist Teamwork. Denn liebe Männer, ohne euer Samen wird keine einzige Frau auf Erden schwanger. Und da wir keine wandelnde, reife Eizellen sind, die jeden Tag schwanger werden kann, sondern nur an sieben Tagen pro Monat, ist es möglich, sicher und natürlich zu verhüten mit Zykluswissen. Nach über 24 Jahren zyklisch leben und hormonfrei verhüten, gebe ich euch das Wissen mit auf den Weg. Nach fünf Jahren Pille und mega mühsamen Nebenwirkungen, habe ich im Alter von 21 die Pille abgesetzt. Ja, es hat Mut gebraucht, aber glaubt mir es, der Mut hat sich gelohnt. Weil für uns Frauen ist das ein massiver Unterschied, ob wir unseren weiblichen Zyklus leben oder eben unterdrücken.